Ich renne jetzt hier einfach mal. Guck. Ih, ist dir nie passiert? Wasser. Wasser schon. Rohrbuch. Deswegen weint sie. Der Klimtner ist noch nicht da. Oh, was zu essen? Guck mal nach oben. Achso, das ist die Küche, ne? Deswegen weint sie, weil sie nicht in die Küche reinkommt. Keiner mag mein Essen. Das sieht eigentlich mal ein bisschen anders aus hier. Ja, ein bisschen heller und freundlicher, ne? Oh, ich höre was. Weißt du, ist hier? Die Tür ist schon wieder zu? Was? Du siehst, jetzt bin ich schon wieder eingeschlossen hier. Aber da ist ja eine andere Tür. Genau. Aufgeschlossen. Mist. Da war doch, siehst du? Ja, da waren irgendwelche Sachen von der Decke rufen. Manchmal, guck mal. Nein, diesmal nicht. Das heißt, ich muss jetzt wieder irgendwie einen Schlüssel finden. Irgendwas musst du finden, oder? Irgendwas. Da ist nix. Keine Leiche im Ofen. Da irgendwas? Da drin, in den Schöpf? Ne? Mhm. Ich versuche nochmal mein Glück. Wie geht das jetzt auf? Ne. Da rein? Hier irgendwo? Oh, ich habe was gehört. Ja, drehe ich mal um. Ha. Oh. Oh. Wo bin ich denn jetzt? Wie, das Licht ist ausgegangen? Ja. Mist, ich will raus. Wo bin ich? Wo bin ich denn jetzt? Äh, drehe ich mal nicht. Ich bin jetzt mitten in der Küche drin. Hier, wo ist die Tür? Da. Ein Stück zurück. Die ist schon wieder zu, ne? Ja, kannst du die aufmachen. Dreh mal, geh mal nach mehr nach rechts. Ja, stopp. Jetzt nochmal auf die Tür gucken. Ich seh nichts. Ein Stück vorwärts gehen. Da, stopp. Ein Stück zurück. Ein Stück zurück. Stopp. Ja, jetzt die Tür aufmachen. Zurücklaufen. Also, genau. Jetzt nochmal ein Stück vor. Äh. Scheiße. Ich kann auch echt nichts mehr sehen hier. Nee, es ist doch gerade ziemlich dunkel. Äh? Aber wir müssen hier irgendwo. Der ist verschlossen. Ach, verschlossen. Was ist da denn? Da verändert sich gerade mehr was. Da fällt irgendwas raus. Ih, was ist das denn? Da fällt irgendwas raus aus dem Bild, ne? Äpfel? Äpfel. Äpfel? Äpfel. Nutzen wir aber nichts, weil ich jetzt... Oh, da kannst du es machen. Ich weiß nicht, ob du es nicht kennenlässt. Okay, eigentlich. Und jetzt? Das richtig machen. Achso. Ich muss ein Messer finden. Messer finden. Messer finden. So scharf wie eine... Also nicht kein Rotmesser, sondern so ein scharfes, ne? Ja. Scharfes Messer. Okay. Kann ich jetzt wieder... Ja. Ich höre jetzt Geräusche, aber ich muss auch so ein scharfes Messer finden. Ja. Kann man irgendwo wieder Licht anmachen? Glaub nicht. Okay, dann suchen wir. Die ist eine Kerze irgendwie. Kannst du aber nicht aufgehen. Ich hoffe, die Tür richtigen kannst du das. Jetzt wieder. Und dann... Die ist eine... Ich hoffe, die Tür. Ah, okay. Okay. Na, okay. Du hast gerade gegessen. Okay. Hm. Ja. In jedem Fall geht's um den Eheschreit und um ein Kind anscheinend. Irgendwelche Schuhe, die gekauft wurden. Das sind so Flashbacks, die du hast dann, oder so Erinnerungen. Okay. Damit sich das Ganze nachher zusammenfügt, was dir passiert ist. Gehen wir jetzt wieder raus? Gucken, ob da was anderes ist. Sieht schon wieder anders aus. Ja, genau. Okay. Ja, was ist solchen da? Ein Aufzug ist das, glaube ich, oder? Ah, ja, okay. Jetzt kannst du wahrscheinlich die Tür zumachen und dann... Nee, oder? Ja, jetzt bewegen wir uns, okay? Sehr gut. Ich glaube, wir sind nach ganz oben gefahren. Ging ja nicht anders, man hat ja keine andere Option, ne? Nee, nee. Kannst du ihn aufmachen? Nein. Achso, du musst doch erst mal Stopp machen mit dem Ding, oder? Achso, ist schon auf Stopp. Okay. Aber er zeigt ja auch kein verschlossenen Zeichen. Oh, nee, ich gehe mal ein Stück zurück. Ah, jetzt, okay. Jetzt war nicht dicht genug dran, ne? Oder du warst zu dicht, vielleicht. Das könnte ja auch sein. Hier mal rein. Ja, guck mal. Verschlossen. 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 Rechts noch, rechts noch. Genau, da ist auch eine Tür. Verschlossen. Und nun? Jetzt zurück. Die hatten wir alle, ne? Ja. Okay, dann gucken wir mal ab hier, wo was ist. Ja, ist da. Kann nix sehen. Nee. Nix. Ist nix, nee. Dann muss wahrscheinlich den Aufzug zurück. Ah, die ist auch irgendwie in die Tür gerade jetzt. Ja. Ah, okay. Der sieht ja nett aus. Ja, irgendwie aus wie bei Grimm. Ist das ein Kind mit dem Bart? Nee, ich glaube, das ist so eine, so eine, wie hast du denn hier zieht? Sieht aus wie ein Monster von Grimm irgendwie. Ja. Oder? Ein Wesen? Ja. Okay. Ah, das ist ein Schüssel. Den haben wir. Das ist ein Schüssel jetzt hier unten. Okay. Das heißt, wir gucken jetzt, wo wir den einsetzen können, ne? Ja, genau. Das ist ein Kind. Ja. Das piecht. So, wollen wir hier wieder raus? Ja. Nee. Ach nee, ich bin jetzt in die Ecke gegangen, ne? Ja. Hä? Bin ich denn jetzt? Ja, kannst du das fragen. Da muss ich jetzt raus. Genau. Oh, guck mal, jetzt haben wir da auch irgendwie ein bisschen anderes Bild, ne? Ja, das sieht aus wie ein anderer Raum wieder, ne? Da passiert bestimmt was Gutes. Die geht gleich. Da gehen wir mal ganz schnell hin. Ja, ich höre was. Du hörst was? Ja. Den Hund, der da zu sehen ist, den höre ich. Okay. Uh. Ups. Okay. Ich glaube, der Hund lebt nicht mehr. Oh, der ist ja nüber. Ja. Ah, einfach mal rein, stürmen ins Zimmer. Ja. Ich, warte mal, klinge ein Telefon. Hä? Da. Ist es da? Da kannst du uns untersuchen. Hallo. Feuer? Ach, er ist ja gebraten, die das Haus hat schon. Okay. Also die Frau ist in der Treibhaus eigentlich. Okay. Okay. Kommt. Bist du gerade durch den Spiegel durchgelaufen? Ja, was? Das ist auch so, wenn du durch den Spiegel durchgelaufen bist. Ich komme nicht voran. Nee. Dann nach links drängen. Also ich... Da war der Typ. Da. Ich habe wieder was gehört. Oder war das die Katze? Also auf jeden Fall schaden, die exzessiv gefeiert zu haben. Hier liegen nämlich überall Flaschen auf dem Boden. So wie bei uns nach dem Wochenende. Hä? Also das kann ja nicht angehen. Da muss ja richtig was los gewesen. Die hatten ja früher nichts anderes außer Alkohol. Aber die sind schon eingestaubt hier. Oder? Das ist nur Licht. Okay. Naja, kann ich schaden. Guck das mal an. Alkoholiker. Ja. Waren. Ja, die sind ja nicht mehr damit. Das erleben die ja noch. Das ist doch geistlich. Nee, ist ja nix. Nee, da musst du rechts drücken. Nee. Huh. Oh, da sind die Zugehörungen. Ich höre auch irgendwas. Guck mal rechts. Nee, wir zurück. Da war eine Ratte eben, glaube ich, schon wieder. Okay. Da, die Tür. Die ist gerade zugehörig. Sollen wir da mal rein? Ja. Geht nicht. Okay. Da ist doch ein Viech. Wo? Oder liegt er? Nee, ist die Flasche. Ach, ja. Natürlich. Da war wieder eine Flasche. Aufgeschlossen. Hm. Vielleicht, wenn wir da rein... Oh, der ist jetzt halber auf. Ja. Dann komme ich da wieder nicht rein. Oh, die ging ganz weit. Aua. Ich habe nur was gemacht. Warte mal, hat der Licht? Was ist das denn? Wieso ist das so dunkel? Da liegt was? Ja. Oh. Ich möchte mal Licht. Ah. Lag da nicht jemals auf dem Bett? Da sind noch mehr Kerzen. Da vorne. Nee. Hm. Da war doch aber eben irgendwas. Ich glaube, die Dinger sind echt langweilig. Also da... Da brauchst du, glaube ich, nicht reingucken. Ich schau mal auf den Bett. Okay. Ah, okay. Ich glaube, das ist... Ah, ja. Okay, er hat seine eigene Tochter gekippt. Nix. Nix. Eine Flasche. Auch nur Schnapps. Das ist die oberste. Ah. So, was heißt, müssen wir wieder raus? Nee. Hä, wie sind die jetzt wieder zu? Da sind jetzt... Äh? Was passiert jetzt? Ich höre auch wieder großen ligen Musik. Was machen wir die Kerzen nochmal an, die da stehen? Die Kerzen? Ja. Die. Ich höre jetzt auch alles passieren. Oh, mein Stockfinze, wo ich gerade hingehe. Oh, okay. Das ist gruselig. Oh, okay. Oh, okay. Was hätte jetzt... Wo bin ich jetzt? Das ist auch unmittelbar. Ja, ich kann mich irgendwie... Ich liege, glaube ich, ne? Ich... Jetzt stehe ich gerade an. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin...